Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute mal wieder mit einer Filmbesprechung im neuen Jahr 2019 zu einem Film, der eigentlich schon hätte letztes Jahr erscheinen müssen. Aber so wie Disneys Politik mit dem Veröffentlichen von Filmen mittlerweile ist, kriegen wir in Deutschland den immer ein paar Monate später. Ganz egal, ich begrüße heute zu dem Film Chaos im Netz, Wreck-It-Walve 2, Ralph Breaks die Internet. Der hat diese typischen, keine Ahnung, Übersetzungsprobleme bei Titeln. Mal wieder einen alten Bekannten und zwar den Timo. Hallo. Hallo zusammen. Ja, Timo war mit mir in der Presse-Preview drin und wir reden gleich mal so ein bisschen spoilerfrei darüber, was wir von dem Film halten können. Bevor wir in das Ganze starten, mal wieder unser übliches Vorgeplänkel und zwar, wie schon gesagt, für alle, die uns zum ersten Mal hören. Wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr schon einen großen, manchmal roten, manchmal grünen Abonnieren-Button findet, auf die ihr draufklicken und alle unsere Folgen immer hören könnt, denn wir besprechen hier nicht nur Filme und Serien, nein, wir haben auch ganz andere Themen, die nerdbezogen sind, drinnen. Aber wir haben unseren Hauptpodcast, Nerdizismus, dann unseren Nebenpodcast, wie die Game of Nerds über Game of Thrones, Dead Nerds Talking, sprechen wir regelmäßig über Walking Dead, die Track Nerds über alles, was Star Trek angeht und West Nerds natürlich bei Westworld. Und da machen wir zwar gerade nicht so viel, wir haben auch dann noch unseren Nerdplay-Podcast, wo unsere Nerdizistin Anja immer über Cosplay-Sachen gesprochen hat. Und ja, wer unseren Podcast hört, der kann auch alles andere lesen und manchmal auch sehen und zwar unter Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, wo ihr fleißig alles kommentieren könnt, wo ihr alles fleißig bewerten könnt, was auch immer so da ist. Und ihr findet uns mittlerweile auch bei den großen Portalen wie iTunes und Spotify. Gut, das war's soweit. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, wie gesagt, bei Social Media einfach kommentieren oder an info.nerdizismus.de schreiben und dann werden wir ganz glücklich. So, aber heute geht's, wie gesagt, um das Sequel zum... wann war der Film eigentlich rausgekommen? 2012 oder so war, glaube ich, Wreck-It-Ralph... Nee, später, oder? Später? Echt? Okay. Ich meine, ich meine, es wäre 2014 oder so gewesen. Ja, nee, ich sehe hier, 2012 ist schon so lange her. Wow. Wir werden immer älter hier, ne? Ja, nur die besten wären bald. Ein Film, der eigentlich so keinen Sequel bedürft hätte und eigentlich in einer Zeit kam, als Pixar zwar mit Sequels angefangen hat, aber Disney noch nicht so alles mit Sequels zugehauen hat, was Animationsfilme anging. Aber, naja, wie gesagt, wir sind im modernen Zeitalter, wo jeder Superheldenfilm 50 Spin-Offs bekommt und jeder Animationsfilm mittlerweile wahrscheinlich auch mindestens drei Sequels. Kennen wir auch alles von anderen Filmen. Wreck-It-Ralph war damals ein ganz netter... Eigentlich hat man es so ein bisschen fast schon als Spatenfilm gesehen, der sich mit der Videospielindustrie so ein bisschen befasst hat. Vordergründig und hintergründig mit so Disney- und Pixar-typischen Motiven wie Freundschaft und Zusammensein und Zusammenleben, Akzeptanz und solchen Dingen. Na, na, zu jeder Einmalseinterview. Genau. Da ging es damals darum, dass Ralf ein Bösewicht in einem Videospiel, das Wreck-It, nee, Fix-It-Felix heißt, genug davon hatte, ein Bösewicht zu sein und dann in andere Videospiele in dieser Arcade eingebrochen ist, dann die Venelo P. kennengelernt hat, einen glitschigen Charakter aus einem anderen Videospiel, die Freunde geworden sind, er ihr dazu verholfen hat, sich selber zu akzeptieren und in ihrem Spiel wieder anzukommen. Und ja, wie in der realen Welt ist, auch in dem Sequel, sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Hast du so eine kurze Zusammenfassung der Handlung für uns? Ja, sicher. Ja, also Ralf und Penelo P. sind immer noch beste Freunde, aber für Penelo P. wird langsam die Welt der Arcade ein bisschen klein. Sie ist die Herrin ihres Spiels, alle spielen gerne mit ihrem Charakter, aber es ist einfach zu wenig. Es ist also so ein bisschen das Problem, wenn man irgendwann in so einer kleinen Stadt quasi festhängt. Und dann wird allerdings eines Tages ein neues Spiel angeschlossen. Wifi. Das ist natürlich nicht Wifi, sondern es ist Wi-Fi, wie Sonic uns informiert. Das Faszinierende daran ist ja, woher wissen die, was Internet ist, wenn die noch nie ans Internet angeschlossen waren? Ja, das ist ja sowieso eine ganz leidige Szene. Also erstmal, woher wissen wir das? Ich fand das auch so seltsam, wie Sonic da die ganze Zeit gesprochen hat. Das war so ein bisschen, es wirkte wie so ein altes PSA. Und nehmt die Finger weg vom Drohnenkiller. Keine Ahnung, aber ja, jedenfalls, das Wifi ist natürlich kein Spiel, es ist das Internet. Dann macht Ralf aus Versehen das Spiel von Penelo P. kaputt. Im Sinne von, er sorgt dafür, dass der Controller kaputt geht. Das Spiel müsste dann abgeschaltet werden. Glücklicherweise allerdings finden sie einen Ersatz auf Ebay. Dafür müssen sie halt in dieses Internet rein und den Ersatz bestellen. Nun, darum geht es im Prinzip im Film, wie sie dann eben durch das Internet wandern und allerlei internetbasierte Abenteuer erleben. Und wer den Trailer gesehen hat, weiß auch das meiste schon, was in dem Film vorkommt. Weil es letztendlich ist jede Menge Slapstick und lustige Ideen rund um bekannte Marken und typische Internetphänomene wie Memes und ähnliches. Aber bevor wir jetzt noch weiter ins Detail reingehen, ganz grob, wie fandst du ihn, deine generelle Bewertung zu dem Film? Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Also, es war jetzt vielleicht keiner, wo ich sage, wow, man muss die tausendmal sehen. Aber es ist definitiv ein sehr unterhaltsamer Film. Sehr gute Fortsetzung, finde ich. Und also kann man absolut sie empfehlen. Ja, ich habe ein ähnliches Gefühl, bin mit einem ähnlichen Gefühl herausgegangen. Ich fand ihn auch ganz nett. Wie gesagt, ich fand jetzt ein Sequel zu dem ursprünglichen Teil, zu dem Original, jetzt nicht unbedingt nötig. Weil es war eine schöne abgeschlossene Story, die jetzt nicht unbedingt ein Sequel herausgefordert hat. Wie sie es jetzt mit reingebracht haben, ähnlich wie es Pixar mittlerweile mit verschiedenen Sequels macht, ist okay. Und erweitert die Welt des Ganzen auch so ein bisschen. Allerdings, auch wenn die generelle Message, die der Film rüberbringen will, die auch hintergründig nochmal wieder ein bisschen was anderes ist, natürlich angenehm frisch ist, war es für mich nicht unbedingt eine Daseinsberechtigung für das Sequel. Es war nett, ich war aber nicht positiv überrascht und ich war auch nicht negativ überrascht. Es war ein Film, der in Ordnung war. Aber mal um darauf einzugehen, was denn in Ordnung war. Also letztendlich die Story, was sagst du zur Story? Ja, die Story fand ich angenehm. Also man, weil eigentlich gibt es mehr oder weniger zwei große Handlungsbögen. Also der erste endet so ein bisschen damit, dass sie halt tatsächlich das bekommen, was sie losgehen, um was sie ursprünglich haben wollen. Da kommen dann alle so noch weitere Komplikationen zu, die ich jetzt nicht weiter so vertiefen möchte. Aber danach geht es halt noch mal ein bisschen weiter. Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und dachte, okay, der Film ist jetzt eigentlich zu Ende. Aber dann kam eigentlich noch so ein Drittel hinten dran. So ein Problem, das du ja auch angesprochen hattest, das sehe ich auch so, ist, das wird wahrscheinlich ziemlich bald veraltet sein. Weil viele Internetsachen sind halt von ihrer Natur aus sehr kurzlebig. Und im ersten Teil hatte man das Problem nicht, weil die Arkad-Charaktere, die man halt wiedererkannt hat, die sind halt, erkennt man wieder, weil sie halt zeitlos sind. Oder beziehungsweise weil sie halt seit 20 Jahren Wiedererkennungswert haben. Niemand erinnert sich an den vierten Tetris-Klon, der damals so rumstand in den Arkaden. Aber halt die Streetfighter-Leute, die erkennst du noch wieder. Ja, und dadurch, dass es ja sowieso 2012 war und sich so mit Retro-Klassikern der Videospiele so ein bisschen beschäftigt hat. Zwar auch mit modernen, aber letztendlich sowas wie Pac-Man und Sonic. Kennt jeder seit 30 Jahren oder 40 Jahren ansatzweise was mit Videospielen zu tun hat. War es auch zeitloser durch diesen Retro-Aspekt. Durch das Internetthema geht man natürlich immer die Gefahr ein, dass es sich irgendwann verliert. Ja, ganz genau. Das ist halt also, dass es sich sehr bald überholt quasi. Ja. Ich fand es interessant, dass sie große Marken zwar erwähnt haben, aber größtenteils doch darauf verzichtet haben. Also sie segeln zwar irgendwie an Google mal vorbei, aber haben sich sonst mehr mit dieser Search-Engine, wie hieß es, No-Smore oder wie der Typ ist. Irgendwie so, ja. Also wir haben ihn auf Englisch gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt. Also vermeiden darwesend so die ganz großen Marken, aber fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja, ich meine, sie haben sowas wie Ebay und ich weiß nicht mehr, wie haben sie den YouTube-Pandau genannt? Meme-Tube oder sowas? Nee, Buzz-Tube. Buzz-Tube, ja. Meme-Tube aus YouTube und Buzz-Feed. Genau, was etwas seltsam für mich war. Einerseits finde ich es gut, dass sie eine eigene Marke gemacht haben, wie du gerade schon gesagt hast, weil das so ein bisschen sich absetzt von dem Aktuellen. Falls diese Marken irgendwann nicht mehr da sein werden. Aber letztendlich muss man ja sagen, trotzdem hat Ebay einen ziemlich großen Stellenwert da drin. Ebay gibt es jetzt auch seit Anfang der 2000er und wird sicherlich auch noch einige Zeit bestehen. Deshalb war es etwas zwiegespalten. Einerseits haben sie die alternative Google-Suchmaschine. Andererseits haben sie aber auch Google im Hintergrund. Einerseits haben sie Ebay da, aber dann auch irgendwelche anderen Portale. Und ich weiß nicht, ob es darum ging, dass sie zu viel Product-Placement vermeiden wollten oder dass sie es wirklich von dieser Aktualität loslösen wollten. Also es war für mich so ein bisschen nichts halbes, nichts ganzes. Vielleicht war es auch ein bisschen eine rechte Sache. Ich habe keine Ahnung, wie die Marketing-Abteilung da von Google oder sonst was hinterher hängen. Und ob die sagen, nee, bitte kostet, wenn ihr uns erwähnt. Weiß ich nicht. Mir fällt gerade mal auf, es gab immer Gespräche, als es über das Sequel gesprochen wurde, dass eigentlich Mario mal im Sequel auftauchen sollte. Ist der aufgetaucht? Ich habe den irgendwo gesehen. Also maximal kann es sein, dass er in der Anfangsszene irgendwie durchs Bild gewandert ist. Oder erlähmt wurde oder so. Erlähmt wurde er nicht. Nee, wurde er auch nicht. Aber wir werden drüber gegrillt, wenn in den Kommentaren wir dann doch auftauchen. Aber er hat definitiv keine Sprechrolle, so viel weiß ich. Ja, ich meine letztendlich, das Schöne an dem ersten Teil fand ich die ganz vielen Cameos, die wir so gesehen haben von Bowser und von den Streetfighter-Jungs. Und so, das ist jetzt mehr in Form von Marken und generellen Technologien. Naja, und dann gibt es ja auch die Szenen, die man schon aus den Trainern kennt, wo sie auf der Disney-Seite auftauchen. Ganz großartig, ganz großartig. Bevor wir darauf eingehen, nochmal generell zur Story insgesamt. Wir spoilern hier nicht zu viel, aber ich fand die Story mehr oder weniger durchwachsen. Weil auch an einem Punkt war ich da, habe ich gedacht, jetzt ist die vorbei und dann wurde es doch noch in eine andere Richtung gedreht. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit der Story, dass sie nicht ganz glatt war. Dass sie ein bisschen hakelig war, wie viele Sequels das Problem haben. Die Originalteile haben eigentlich eine Motivation und ziehen das in einem Story-Strang durch. Und hier haben sie wirklich mehrere nebeneinander gehabt, die sich einerseits überholt haben und dann andererseits an seltsamen Stellen geendet sind. Das fand ich etwas enttäuschend und das hat auch so ein bisschen die Längen in diesem Film teilweise ausgemacht. Er ist kein kurzer Film. Ich gucke mal eben, wie lang war er dann letztendlich. Er ist 112 Minuten. Kein allzu langer Film, aber er hat ein, zwei Längen mit drin, gerade zum Ende, im letzten Drittel. 112 Minuten ist, glaube ich, für einen Animationsfilm auch relativ lang. Wenn ich mich erinnere, sind die meistens eher so um 90 Minuten. Übrigens aber Spider-Man Into the Spider-Verse war auch, glaube ich, ziemlich lang. Über 120 Minuten haben die den gemacht. Nur? Den hätten die noch doppelt so lang. Den hätten die doppelt so lang. Nehmen wir dazu auch später. Können wir später zu was sagen. Ich glaube, wir haben noch eine positivere Meinung zu dem Spider-Verse. Letztendlich, okay, die Story durchwachsen. Die Charaktere an sich. Eigentlich gibt es eine schöne Weiterentwicklung von den Charakteren. Bei vielen Sequels ist es ja so, dass die Charaktere meistens dasselbe Problem nochmal durchleben und am Ende wieder eine Entwicklung ähnlich zum ersten Teil durchleben. Ist hier nicht. Hier ist eine schöne, also das Motiv der Freundschaft sticht hervor. Das hat den ersten Teil auch schön abgesetzt von anderen Filmen, wo man meist in solchen Storys irgendwelche Liebesgeschichten und ähnliches hat. Aber hier ging es viel um Freundschaft. Und die Motive der Freundschaft sind mit den Charakteren wieder sehr schön gezeigt worden, weil einfach im Englischen zumindest John C. Reilly und Sarah Silverman, die die beiden Hauptcharaktere sprechen, eine unglaublich gute Chemie zueinander haben. Und das auch eine der Punkte ist, die in diesem Film richtig gut funktionieren. Und die Beziehung steht auch für die ganzen Konflikte, die da entstehen. Und am Ende gibt es eine richtig wunderbare Message über das Loslassen und das Weiterleben von Freundschaften. Was du halt sagtest, dass viele Sequels haben dieses Problem, dass sie im Prinzip im ersten Plot nochmal durchkauen. Das ist hier eben anders, was auch die Motivation angeht, wo es eben im ersten Bereich, im ersten Teil sehr viel um Außenseitertum ging und eben, inwieweit man sein Leben akzeptieren kann oder inwieweit man was an der Situation ändern kann. Übrigens in diesem eben mehr um, es geht so ein bisschen um das Balancieren von große, weite Welt und das bekannte Zuhause, was man gern hat. Was ich ja am Anfang erzählt habe, dass es eben für Penelope ist, diese Arcade eben mehr so ein pifiges Dorf, wo man zwar alles kennt, aber für sie ist das nicht genug. Für Rife ist das genau richtig. Und ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Dynamik, wie weit man sich da auch noch aneinander klammern muss. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich schon relativ gut in ihr wiedergefunden. Du, ich habe vor drei Wochen, bevor ich den Film gesehen habe, noch am pifigen Dorf gewohnt. Also ja, ich habe mich sehr gut wiedergefunden. Ich komme einfach nicht aus dem kleinen Dorf, größtes Dorf im Münsterland und ich bin irgendwann dann aus dem 13.000 Seelendorf in eine große Stadt nach Krefeld gezogen, war so ein bisschen vom Landidyll in, ja, ich will nicht eine Horrorstadt sagen, aber in eine versmogte Großstadt rüber ging und ich habe das genau aus den gleichen Gefühlen. Also ich kannte viel zu Hause und hatte Lust, ein bisschen aus allem auszubrechen, auch von meinem Studium her. Und das hat für mich gut funktioniert und deshalb konnte ich ihre Motivation echt gut nachvollziehen und habe stark mit ihr sympathisiert. Ja, geht mir auch so, weil ich bin ja, nachdem ich in der Großstadt gewohnt habe, wieder ins Exil zurückgezogen und bin jetzt erst vor kurzem wieder in die Zivilisation zurückgezogen und ja, ich finde es als unglaublich befreiend und nicht mehr irgendwo im Dorf mit Tröpfel Internet zu lehnen und ja, ich kann die Kanimotivation sehr, sehr gut verstehen. Also jeder, der mal von zu Hause weg wollte, der mal irgendwie Fernweh verspürt hat, der kann Penelope verstehen. Ja, wir haben natürlich noch ein paar andere Charaktere da, die eingeführt werden, denn im Laufe der Story kommen, wie gesagt, Penelope und ich weiß jetzt gar nicht, Ralf und im Englisch heißen heißt sie Venelope. Ich weiß gar nicht, ob sie im Deutschen Penelope heißt. Oh, oder danach habe ich wieder eine Gemördkeit verloren. Venelope von Schwyz. Ja. Nee, irgendwann kommt es ins Internet und begehen da den Kardinalsfehler, weil sie Geld und Währung nicht kennen, etwas für viel zu viel Geld zu kaufen und dann quasi kommt ein Handlungsstrang rein, dass sie Geld im Internet verdienen müssen und wie macht man das? Durch Memes und durch Viral Videos. Ja, zuerst, zuerst macht man das, indem man Gamern Loot verkaufen möchte. Genau. Die man irgendwo bekommen muss und da kam dann auch mein persönlicher Lieblingscharakter des Films rein. Also nicht so sehr, dass das Spam-Programm, mit dem sie sich zuerst abgeben, dass das ihnen halt sagt, hey, kein Problem, da müsst ihr Looten in den Spielen finden, wir verkaufen die und dann kann man das Todesschwert, das Zerstörer schon für 5 Dollar bekommen. Nee, sondern dessen Gehilfe. Ich glaube, God heißt der. Das ist das großartigste Charakter im Film. Also, ein Traum. Jede Szene mit dem ist ein Fest. Ja, da sieht man auch schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei ihm war, aber jedenfalls bei diesem Spam-Charakter, das in vielen Animationsfilmen einfach darauf geachtet wird, dass hinter Charakteren so ein bisschen mehr ist, als nur die Fassade. Und gerade von dem Spam-Typen erfährt man im Laufe des Films dann noch ein bisschen mehr, warum er überhaupt Ads verkauft und sowas hat. Ganz egal, zwei interessante Charaktere, die eine ganz nette Bereicherung für das Ganze sind. Mein Lieblingscharakter, Lieblingscharaktere, die dazukommen, sind aber in der Tat aus der Trailer-Szene schon für mich eine der großartigsten Szenen in den ganzen Filmen wie Disney-Prinzessin. Ja, ja. Also, irgendwann kommt sie, ich will nicht zu viel spoilern, wie in Kontakt in einem Raum mit allen Disney-Prinzessinnen, die es so gibt. Und es gibt zwei oder drei Szenen, mit denen die absolute Showstealer sind. Wo man denkt, okay, im Trailer hat man vielleicht alles gesehen, aber hat man nicht. Es macht einfach Spaß, dazuzusehen und wo sich Disney einfach mal selbst gerne auf den Arm nimmt und das auch sehr erfolgreich macht. Ja, ja, das ist wirklich. Also, man hat das ja in Frozen schon so ein ganz kleines bisschen gesehen. Eigentlich geht das schon mit hier Rapunzel los. Dass das Disney eben so ein bisschen selbstironischer geworden ist. Dass das hier halt so dieses Klischee vom Prinzen und man trifft sich einen Tag und dann heiratet man schon selber total auf die Schippe nehmen. Aber jetzt in den Wreck-and-Ribes ist es absolut großartig. Nochmal eine Selbstparodie und richtig, richtig herrlich. Die weiteren Charaktere kommen aus einem mehr oder weniger GTA-Klon. Genau, GTA-MMO. MMO-Klon. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, der Charakter. Shaft? Nee, Moment. Nee, irgendwas sowas ähnliches. Ja. Shank. Shank. Shank, genau. Die treffen Ralf und Vanillope, als sie versuchen, halt wie gesagt, Geld im Internet zu machen. Und treffen dann auf diesen harten Frauencharakter in einem MMO, der mehr oder weniger Gegenspieler in dem MMO dar spielen soll. Ja, genau. Das ist quasi so ein Raid-Boss. Ein Raid-Boss darstellen soll, die Vanillope später hilft, so ein bisschen auch ihre eigenen Ziele zu erkennen. Genau, also dieses Slaughter Race ist im Prinzip eine brutale Version von diesem Rennspiel, das Vanillope ursprünglich, wo sie herkommt, halt wie gesagt, wie du sagst, wirklich so so ein GTA-Verschnitt mit ständig Explosionen und Haifisch in der Kanalisation und ähnliche Gedulds, großartig. Ja. Kommt einem auch am Anfang etwas klischeehaft vor, dieser Charakter, aber entwickelt sich mit der Zeit, muss man sagen, mit dem Film. Auch wenn sie noch nicht so viel Screentime hat, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal zwischenfallen. Im Englischen ist sie auch gesprochen von Garga Dodd, der Wonder Woman-Darstellerin. Oh ja, das kann gut sein, ja. Ja, ja, in der Tat. Okay. Ja, das war auch interessant. Die alten Charaktere aus dem Vorgänger, Felix und dann seine mittlerweile Frau, die trifft man auch wieder, haben aber nur eher unbedeutendere Nebenrollen. Ja, die spielen fast gar keine Rolle und das ist tatsächlich so ein Ding, das fand ich ein bisschen schade. Nachdem das Spiel von Vinylope abgestöpselt wird, müssen halt die ganzen Charaktere, die aus dem Spiel kommen, irgendwo unterkommen. Da gibt es halt, Felix und seine Frau adoptieren halt die anderen Rennfahrten und ich hätte mir tatsächlich gelegentlich Szenen gewünscht, wo sie halt einfach zurückschalten, um zu zeigen, wie sehr Felix diese Entscheidung bereut. Aber, also ich glaube, das ist Comedy Gold, das wäre bestimmt nochmal ein total großartiger Kurzfilm. Aber da hat man da nichts von gesehen, man sieht die nur am Ende. Bringt uns zum nächsten eigentlich sehr wichtigen Punkt in diesem ganzen Film und zwar der Witz. Der Witz funktioniert wieder ziemlich gut. Ja. Sie bringen viele Jokes rein, die so ein bisschen auf diese ganzen Cameos einspielen. Aufs Internet, auf wieder ein paar Videospielcharaktere, aber wirklich so auf Gewohnheiten, auf Dinge, die man aus dem Netz, aus dem täglichen Netz kennt. Was auch wieder unser Kritikpunkt von vorher so ein bisschen ist, wenn man weiß nicht, wie lange das so überlebt und ob man jetzt sagen kann, in 15 Jahren. Was war das denn nochmal? Ja, ja, ja. Also ich meine, man könnte da jetzt bereits schon so ein bisschen kritisch sein, weil es tauchen ja im Prinzip die Menschen sehr, sehr regelmäßig auf, weil immer als kleine Avatare, die eben durch das Netz marschieren. Man könnte da jetzt schon sagen, das ist schon ein bisschen bedenklich, dass das Netz als eine Art Megamall wahrgenommen wird. Es ist keine kreative Kraft mehr, das sind einfach nur Leute, die rumrennen und konsumieren. Das könnte man als Gesellschaftskritik auffassen. Ist ja auch mittlerweile eigentlich nicht anders. Was machen die Leute heute? Sie gehen auf Amazon, um irgendeinen Scheiß einzukaufen. Sie gehen auf Ebay, um ihn wieder zu verkaufen. Sie gehen auf Ebay, um ihn wieder zu verkaufen. Und sie gehen auf Google, um nach dem anderen Scheiß zu suchen. Ja, ich meine, entweder sind die Leute heute an ihrem WhatsApp dran oder ich weiß nicht, ob das Internet heutzutage für mehr genommen wird, als Video konsumieren und einkaufen. Naja, also es gibt schon noch große kreative Communities. Es gibt immer noch Blogger und alles. Aber es wird natürlich schon schwer. Ja. Oder Podcast hören. Podcast hören, ja. Und ich meine, wie wir alle wissen, es gibt eine Ecke des Interesses, die niemals aussterben wird. Das war wahrscheinlich hinter Reif und Benelope, als sie angekommen haben wir mal wahrscheinlich die ganzen Porno-Seiten. Konnten sie nicht zeigen in der Disney-Variante. Dabei sind sie sogar im Darknet unterwegs. Ja. Ja, das sind sie. Man muss sagen, an sich, der Witz funktioniert schon richtig gut, auch wenn man sich denken kann, vielleicht ist er in ein paar Jahren nicht mehr so aktuell. Aber die haben mal wieder, ich meine, das funktioniert bei Disney, ich mag den Disney- und Marvel-Witz eigentlich ganz gerne. Manche kommen damit nicht klar, aber für mich ist es immer schön. Ich bin damit aufgewachsen und das ist einfach meine Art von Humor, mit dem ich immer gut klarkomme. Naja, es gibt ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser Guardians of the Galaxy-Schule von Humor, die im Prinzip jeden ernsten Moment mit einem Witz unterschneidet. Das funktioniert manchmal ganz gut, funktioniert aber nicht gut, wenn sich in jedem Film durchsetzt. Also bei Guardians mag ich es total. Bei Thor 3 hat es mich so ein bisschen gestört. Was denn auch in Star Wars im Prinzip passiert ist? Der ist ja der große Kritikpunkt von vielen Leuten an Last Jedi, dass es zu viel Marvel-Humor drin hat. Ja, da hat es mich tatsächlich gestört. Da fand ich es so ein bisschen schwierig. Das finde ich halt, das gab es diesen Racket Drive nicht. Also es gab nicht diesen Moment, dass es eine ernst emotionale Szene hatte, die im Flachwitz endet, sondern die emotionalen Szenen wurden auch wirklich ausgespielt und es war auch besser. Würde ich mal behaupten, dass das bei Animationsfilmen sowieso mehr ist als bei anderen. Film, weil erstens habe ich das Gefühl, haben die Leute viel mehr Zeit, um sich auf die Szenen zu konzentrieren. Wenn an einer Szene mal einfach drei Monate gesessen wird, dann hat man ganz viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Und so ein Animationsfilm dauert ja heutzutage immer noch drei, vier Jahre zum Fertigstellen, während so ein Marvel-Film zwar auch zwei Jahre in Anspruch nehmen, von denen aber effektiv nur vielleicht ein halbes Jahr an Filmen da sind, wo wirklich gedreht wird, wo wirklich das Skript abgefilmt wird und der Rest ist Post-Production, wo dann zwar auch noch viele Möglichkeiten da sind, aber wo einfach die vielleicht Skripte nicht so poliert sind wie bei einem Animationsfilm. Beim Animationsfilm hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich auf gute Szenen zu konzentrieren. Deshalb gibt es an diesem Film für mich auch nicht wirklich eine große Kritik, dass es ein schlechter Film wäre. Für mich ist es kein Top-Film, wie manche anderen, wie zum Beispiel Into the Spider-Verse. Aber er hebt sich dann doch über die Masse der Standard-Animationsfilme hinaus. Ich denke, das ist keine Sache, die die inhärent an Animationsfilmen liegt. Wir beide sind ja so ein bisschen rausgegangen und haben gesagt, man könnte jetzt noch mal als Kontrapunkt, quasi mit dem gleichen Thema, könnte man noch mal den Emoji-Film gucken. Nee. Und dann haben wir beide gesagt, nein, dafür sind unsere Hirnzellen zu schade. Ja gut, aber hinter dem Emoji-Film saß auch wirklich nur Marketing und nichts anderes. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe genug Analysen zu ihm gesehen, dass ich das Gefühl habe, diesen Film gesehen zu haben. Und hier, ich meine, man mag über das Maushaus Disney sagen, was man will, aber in ihren Animationsfilmen bieten die immer noch gute Qualität und gute Skripte. Ja. Deshalb, Witz funktioniert super und der Witz hat auch einen, es gibt ein, zwei Szenen drin, die mir so komplett im Gedächtnis geblieben sind. Und das ist ungewöhnlich, was man in diesem Film nicht erwarten würde, aber eine Musical-Szene. Ja. Ja. Du kannst keinen Film mit Disney-Prinzessin haben, ohne dass du eine Musical-Szene drin hast. Und die ist so großartig da reingesetzt. Wir spoilern jetzt da gar nicht wirklich, aber das ist eines der Highlights. Man will diesen Song danach noch weiterhören. Ja, das ist... Wunderschön. Ja. Technisch braucht man, glaube ich, nicht viel zum Film zu sagen. Das ist einfach auf der Höhe der Zeit. Wenn man Studios wie Disney oder Pixar hat, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass alles gut aussieht. Und ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, auch an einem Punkt angelangt, wo Filme gar nicht mehr, Animationsfilme fast gar nicht mehr schlecht aussehen können. Sag das nicht. Ja, stimmt, stimmt, wenn man jetzt die Neuverfilmung, die Serie von Watership Down... Was? Gibt es eine Neuverfilmung? Ja, es gibt auf Netflix, haben die, beziehungsweise ich glaube, es war für die BBC, wo es produziert, eine Serie, eine Animationsserie, wo wenn man sich den Trailer allein anschaut, denkt, meine Güte, hat das ein Student an seinem Rechner in seiner Freizeit gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie das Skript des Films ist und die Handlung und alles andere. Aber das Ding sieht so grottig aus, als ob es aus den 90ern von einer Billigproduktionsfirma produziert wurde. Ja, also 3D muss man auch können. Nimm einen der besten Anime-Regisseure, setz ihn vor ein 3D-Programm, der vergisst sofort alles, was er kann. Es gibt zwei Staffeln von Berserk, eigentlich ein extrem großartiger Manga und hat auch schon eine gute Anime-Verfilmung aus den 90ern. Da gibt es eben zwei neue Staffeln in jüngerer Vergangenheit in 3D. Meine Güte, du könntest einen Affen über die Tastatur kotzen lassen, es würde besser aussehen, es ist grauenhaft, richtig, richtig furchtbar. Und der Typ, der dahinter steht, ist kein Anfänger, das ist eigentlich ein erfahrener Anime-Regisseur, aber... Ja, ich denke, wenn wir von so einem Budget wie hier, ich sehe es gerade, 175 Millionen sprechen, dann ist es, glaube ich, schwer, was daneben zu haben. Ich meine, das hat Disney raus und das funktioniert richtig gut und dieses Stil. Ich meine, ich war einer der großen Kritiker am Anfang, als ich gesagt habe, muss es jetzt 3D-Animationsfilme geben, die 2D-Animationen waren dann noch gut genug. Was ist denn mit dem, was wir früher handeln? Was war denn so falsch an Handeln? Ist nur mal eine 2D-Animation abgestürzt, ich denke nicht. Ich habe gestern noch ein Video gesehen dazu, wie sich auch das Storytelling mit 2D-Animation zu 3D-Animation verändert hat. Und ich muss sagen, es war ein guter Schritt, weil nur so konnte sich das Medium des Animationsfilms auch wirklich weiterentwickeln. Während man früher die Disney-Kost, so König der Löwen und so hatte, die wirklich hochwertig war, aber wo man zu sagen musste, was auch dieses Video gesagt hat, das wirklich konservativ war, auch alle Ansichten und alle Storys, die da drin waren, hat 3D-Animationen das Ganze doch mehr befreit und liberaler gemacht. Ja, und wenn man dann eben noch so etwas Revolutionäres hat wie Interest of Spider-Verse, wo du das Beste aus 2D und 3D kombinieren kannst, denn das ist absolut großartig. Ja, also Fazit into Spider-Verse. Sagen wir erstmal ein Fazit zu diesem Film. Ja, richtig. Wenn du ihm 10 Punkte maximal geben könntest, wobei 10 das Beste ist, was würdest du ihm geben? Uff, 7,5, also ist für mich solides obere Mittelfeld. Ja, ich glaube, da wäre ich genau bei dir dabei. Ich würde ihm eher eine 7 geben. Das ist ein guter Film, kann man sich anschauen, hat alle Qualitäten, die so ein Animationsfilm heutzutage haben muss, hat viel Witz drin, hat viel Charme drin, hat vor allen Dingen eine gute Message, die sich, weil es auch natürlich wieder einerseits an die Kinder gerichtet ist und andererseits an die Erwachsenen sich das auch ansehen können, hat das wirklich eine wunderbare Moral von der Geschichte mit drin, wo man sagen muss, egal wie viele Marken darin gezeigt worden sind, dass die Motivation hinter der Story war schon hochwertig, muss man sagen. Man kann sich diesen Film, man muss sich den nicht unbedingt im Kino ansehen. Ja. Ich würde sagen, es reicht für einen schönen Blu-Ray-Videoabend. Genau, genau. Also wenn man Record I've 1 mochte, wird man bei 2 auch auf seine Kosten kommen. Ja. Ja, aber ich denke, es ist auch ein Film, kann man auch leben, wenn man ihn nicht gesehen hat. Genau. Was wir eher empfehlen können, ist Spider-Man Into the Spider-Verse, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir vielleicht nicht nochmal einen anderen Podcast darüber machen, wenn das Ganze mal wirklich auf einem Video rauskommt, weil das Ding ist ja jetzt schon ein paar Wochen im Kino und die meisten, die ihn sehen wollten, haben wahrscheinlich schon gesehen und vielleicht kriegt man zu diesem Podcast auch nochmal den Emu dazu, was natürlich total super wäre, weil der natürlich mit seinem Marvel-Comic-Wissen dann nochmal richtig einen raushauen kann. Fazit zu diesem Film, wie gesagt, muss man nicht im Kino sehen, kann man sich ansehen, schöner Kinoabend, aber es ist wirklich gute Unterhaltung, bei der man eigentlich nicht viel falsch machen kann. Genau. Genau. Und wer noch mehr Unterhaltung hören will, bei der ihr nicht viel falsch machen könnt, der hört weiterhin unseren Podcast und kommentiert diesen auch weiterhin und ich verliere jetzt gerade so ein bisschen meinen Faden, was ich eigentlich sagen wollte. Ist ganz egal, wenn ihr diesen Podcast gut fandet, dann kommentiert ihn doch, dann schreibt uns doch eure Meinung zum Film, falls ihr ihn schon gesehen habt, falls ihr ihn noch sehen wollt. Denn er erscheint jetzt erst Ende Januar oder Mitte Januar, während er in den USA schon seit Anfang Dezember in Kinos läuft. Ich finde es sehr herrlich, dass das Disney sich endlich mal wieder Mühe gibt, die Piratenindustrie zu stärken. Ja, ja, wunderbar. Ich habe auch schon gesehen, dass auf einschlägigen Seiten irgendwelche Screener davon schon zum Download da sind, wo wir das natürlich nicht forcieren wollen, sich das so anzuschauen, im Kino immer noch besser. Aber da muss man sagen, wirklich die Veröffentlichungspolitik von diesen Disney-Filmen, gerade Disney und Pixar, ist in den letzten Jahren ziemlich grottig gewesen. Alles, was im Sommer rauskam, hat die deutsche Industrie dann einfach mal im Oktober bei uns rausgehauen, wo es schon wirklich die Blu-ray-Veröffentlichungen in Amerika gab. Hier jetzt einen Monat später. Wie gesagt, falls ihr eine Meinung dazu habt, nerdizismus.de, Nerdizismus auf Facebook, Nerdizismus auf Twitter, Nerdizismus auf Instagram. Und wer möchte, bewertet uns auch noch und hört demnächst auch noch schöne weitere Filmkritiken von uns. Und ich sage mal jetzt, das war es von uns. Vielen Dank, Timo, dass du mal wieder dabei warst. Wieder demnächst zu anderen Filmen immer gerne. Also ich erwarte, ich warte auf jeden Fall Heyboy und Alita. Das sind meine Fachgebiete. Wunderbar. Dann hören wir uns demnächst und wir hören uns sowieso bald wieder. Alles Gute und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.